Moin Leute, Drimax hier. Wir spielen das neue Brawl Stars Update. Es gibt viele, viele Mutationen, wo nochmal die krasse Fähigkeit, die Ulti, nochmal viel, viel heftiger wird. Ich hab mir ein Video dazu reingezogen, das sind ja wirklich sehr, sehr viele. Da waren einige ultra-OP. Ich will alle testen. Ich weiß gar nicht, wie wir das hinkriegen wollen. Ich werde jetzt hier total böse Pay-to-Win-mäßig reingehen. Aber die Mutation verschwindet nach 20 Tagen wieder. Wenn ich jetzt hier 1000 Euro reinputter, ist das wieder... Das hab ich auch noch nie gehabt. Normalerweise mal Clash of Clans, Clash Royale. Das bleibt dann für immer. Das verschwindet wieder. Keine Ahnung. Wir werden das auf jeden Fall machen. Wenn euch das gefällt, und ihr wollt die krassesten Highlights auch von den anderen gemächsten Mutationen sehen, gerne den Kanal abonnieren und ihr könnt hier im Shop einen Creator-Code eintragen. Das machen von euch richtig viele. Ich hab grad vorhin geschaut, 47.100 Leute haben im April den Code eingegeben. Und das ist ein fettes Danke, sag ich da. Das ist echt unglaublich geiler Support. Ich weiß es sehr zu schätzen. Danke. Und das nehmen wir jetzt und knüppeln das wieder zurück ins Game rein. Ganz einfach. Was ist jetzt am smartesten zu kaufen? Ein Star-Troop gratis? Hier nehmen wir es mal mit. Brock und Tick sehr OP. Tick mag ich sehr. Goldene Woche? Was ist das? Die goldene Woche? So. Wie ist das? Auch gratis? Aha. Kann ich das pain? Muss ich. Das nächste kostet jetzt Gems. Okay, und die Monster brauche ich für die Mutationen. Richtig? Oh, hell no. Da ist es. Okay, okay, warte mal. Ich zeig euch mal was hier. Das gleiche, was wir bei Clash of Clans hatten mit einem Bonus-Fart. Haben die das erstmal getestet. Kam ultra gut an. Das gleiche gibt es jetzt auch für Brawl Stars. Äh, gebt nicht zu viel aus. Tut euch nur einen Pass oder sowas, ne? Also, das ist nur für einen dummen Val wie mich, wo man sich alles zieht. Wenn ich mir jetzt hier Angebote im Shop kaufe, kriege ich die ganze Zeit Star-Drops und Gems. 25.000 Punkte ist das Maximum. Einfach Sachen im Store kaufen und ich kriege das alles. Okay, okay, okay. Was brauche ich denn hier? Einfach nur Gems, ne? Oder? Ich brauche nur Gems. Ja, ja. Hier kann man auch Crater-Code eintragen. Gold und Power-Ups brauchen wir auch nicht. Blinghaufen. Ah, wohl fünffacher Wert. Ich schmeiße hier nochmal ein Verstärkungspaket mit rein. Für 23,99 Euro. Weil hier steht fünffacher Wert. Ich zeige euch das mal. Ich wollte hier zuerst nicht kaufen. Das Verstärkungspaket. Weil ich die Power-Ups gar nicht brauche. Aber hier steht fünffacher Wert. Das muss ja stimmen. Da wäre ich ja doof, wenn ich mir das nicht hole. Und dann hole ich mir das andere, wo ein normaler Wert ist. Ja, das schmeiße ich auch noch mit rein. Einmal ganz kurz. Alter. Guck mal, hier ist Konfetti. Hier ist... Ich habe so gut geschoppt, dass hier Konfetti ist. Kauf ab. Glückwunsch. Die gratulieren mir sogar. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Verdiente Bonus-Items. Ein Star-Drop. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, die nehme ich mit. Man muss sich auch mal belohnen. Wenn man aus dem Urlaub kommt, schön frisch aus dem Urlaub. Erstmal komplettes Urlaubsgeld in Mobile-Game. Beim Knollen. Hallo, wie oft muss ich noch okay drücken? Fünf Gems? Was soll das? Die pisse ich. Nein, aber wenn die fünf Gems nicht ehrt, ist den fette Juwelenhaufen nicht wert. Selten. Mondruhm 1. Ey, weltweiter Ruhm war cool, aber jetzt bin ich auf dem scheiß Mond. Ich dachte, da kommt direkt irgendein krasser Planet oder Sonne. Epic, gib mal her. Das kaufe ich mir jetzt. Zack. Einfach Eier. What the fuck? Brich es auf. Wow, ich habe so eine Godzilla-Kralle und muss das Ei aufkratzen. Super selten. Münzen. Was soll das? Was ist das denn? Da kommt Mutation raus. Auf jeden Fall eine coole Animation. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das ist was. Rosa ist super. Ah, nee, der ist nicht so gut. Das ist, dass überall Büsche sind. Obwohl Rosa wird ja OP im Busch und heilt sich und macht mehr Damage. Ich glaube, die ist richtig schlecht. Nee, ist ja ganz schlecht. Ist ja die schlechteste Mutation. Oh, Mann. Scheiße, ich will noch eine Packung. Das ist wirklich... Ich glaube, Rosa hat von allen die schlechteste. Mutation. Gib her. Penny hat zwei Kanonen. Digga, wie random. Ich habe Penny die ganze Zeit in Squadbusters gespielt. Jetzt ziehe ich sie im Brawl Stars als Mutation. Penny auch schwach. Hör auf, mich zu ärgern. Bling. Ich bin voll gut im Eieröffnen geworden. Ja, sehr gut. Gib her. Gib mal Tick. Pam hat unbegrenzte Munition. Da weiß ich... Ich habe das gesehen in dem Trailer. Da weiß ich nicht, wie ich das fand. Kann krass sein. Ist, glaube ich, okay. Unendlich Muni ist neu. Mythisch. Legendär. What the fuck? Das verwandelt sich komplett. Hä? What the fuck? Ist der neu? Wer ist er denn? Ich habe auch noch keinen Brockskin. Den brauche ich. Der Skin hat eine geile Animation. Power Ranger. Der ist übergeil. Super selten. Der Skin ist Müll. Hör mal an. Okay, die meisten feiern ihn. Jetzt ausrüsten. Direkt wieder aufmachen. Super selten. Episch. Nice. Yves beschwört zwei Küken, wenn sie getroffen wird. Ich mag das Konzept von Yves, dass Yves relativ schwach ist an sich. Aber Yves beschwört extrem viele Minions. Ich mag das. So wie Yorick in League of Legends. Oder wie Heimerdinger mit seinen Geschützen. Mag ich. Die ist OP. Ultra stark Yves. Yves sehr stark. Nice. Nice, nice, nice. Yves ist Meta. Die beste aller Mutationen. Code 6er Schuss. Kanteranzer Steine verfügt über eine erhöhte Reichweite. Krass. Noch eine Mutation. Gib her. Ich will auf jeden Fall auch Tick. Und, und, und. Oh, das passt zu meinem Skin. Zwei Raketen und der neue Brockskin. Noch eine. Geil. Was wollen wir noch? Ich will Hank. Hank will ich auch. Oh mein Gott. This is Hank. Ja, scripted. Scheiß drauf. Der ist wieder mit Super Saiyan unter einer Decke. Perfekt. Der wird angeschossen und zündet jedes Mal eine Ult. Der ist krass. Was brauchen wir denn noch? Wer ist noch krass? Ich bin süchtig geworden, diese Eier aufzumachen. Hast du schon Angelo? Wenn er getroffen wird, heilt Poco sich und verbindet er Nähe nach und nach. Hm, weiß ich nicht. Oh, 12 Eier. Krass. Mythisch, legendär. Komm, gib her. Digga, wie oft muss ich das kratzen? Hä? Wieso gibt es den zweimal? Es gibt fünf verschiedene. Oh, ich ziehe alle. Mac und Melody OP. Nieder beschwört noch einen Bruce. Ah, okay. Ihr Bär heißt Bruce. Gut zu wissen. Dann haben wir das jetzt auch gelernt. Crow. Crow Springmesser kehrt nun zurück. Weiß ich. Ich muss die alle testen, ne? Ich habe nur ein paar Clips von denen gesehen. Ich will Tick. Frank ist schneller, hat mehr Trefferpunkte. Und mit deinem Hammerschwung reißt er Mauern ein. Geil. Auch nice. Die wollte ich auch testen. Der Torpedowurf von Bass hat eine größere Reife. Das ist voll schlecht. Das habe ich gesehen. Der kann durch die ganze Map graben. Mythisch. Komm. Okay. Elprimus bei seinem Flying Elbow Drop schneller. Sein Superskill lässt sich schneller auf. Und er verfügt über mehr Trefferpunkte. Okay. Geil ist auch nicht schlecht. Sein Auto-Attack kannst du nicht mehr ausweichen. Der trifft immer. Der trifft immer. Super selten. Mythisch. Legendär. Komm, mach auf den Scheiß. Wie oft muss man das kratzen? Hä? What the fuck? Scharlach Paladin Surge? Digga, wie, was, wie, was ist das denn? Der ist ja gigantisch. Ja, warum eigentlich nur noch Stu? Da können wir auch mal reingehen. Bis wir die alle gespielt haben. Kahl ist nun schneller. Sieht witzig aus. Der sieht, der sieht, das ist krass. Mandy. Ah, ihre Ulz, die zweimal. Das ist ja auch krass. Wie viel kommt hier noch? Ich hol mir noch mehr. Meg. Oh, Meg hat sich das so witzig. Meg verfügt bei CFS über zwei weitere Geschosse. Das ist super. Angelo. Sehr gut. Der kann Leute, wenn sie in meiner Ult drinstehen, One-Shotten. Weil der halt dreimal trifft. Kipisch. Da ist er endlich. Stoos Nitroschub ist dauerhaft aufgeladen. Er kann immer ulten. Das ist so krass. So, irgendwo. Achso, es geht immer noch weiter. WTF. Du hast alle Mutationen. Ich hab drei Skins von dem. Ey, ich muss einmal ganz kurz. Ich muss doch alle kaufen, oder nicht? Du musst alle kaufen. Ja, muss ich. Ey, das ist gut. Dann hab ich bald für jeden einen Skin. Mytisch. Bling, Mist. 45% Rabatt. Hat er schon. Ich hab alle. Ja, aber ich muss ja alle Eier aufmachen, oder nicht? Also, wenn ich nicht Eier... Wenn das macht, werden wir das dann. Mytisch. Legendär, komm. Gönn was richtig Gutes. No way. Das ist der vierte Brock-Skin. Jetzt hab ich auch den gelben Power Ranger. Ich hab jetzt davon vier Stück. Fünf gibt es. Back to back legendary. Back to back legendary. Der fünfte Brock. Oh, nee. Ah, dieser, äh... Okay, das ist geil. Das ist nice. 150 Gem-Skin. Ja, aber ich mag Spike. Wir müssen zusammen 1250 Eier öffnen. Das mach ich ja alleine. Ey, wie viele denn noch kommen? Big Spin mit 164 Eiern. Digga. Was ist denn mit Big Spin los? So, letzte Packung. Was bringt Bling? Mit Bling kannst du dir Skins kaufen. Episch. Spray. Episch. Ist ja nur noch episch. Das ist er jetzt. Gratis-Skin. Der rote. Jetzt ausrüsten. Geil. Das war das Opening. Und jetzt kann ich... Der Modus hier ist Godzilla. Mit kaputt machen, ne? Oh, Hank ist auch geil. Ja, ich will Hank machen. Geiler Spruch von dem Typen. Rein. Jedes Mal, wenn ich angeschossen werde, zünd ich Ult. Was ist das? Hat sich gerade selber getötet. Habt ihr das gesehen? Also das ist ja dumm. Hä? Jedes Mal, wenn ich angeschossen werde, zündet das automatisch Ult. Wieso hat der jetzt dir die Gems gebracht? Die finisht das Game auch nicht. Ist das krank mit Hank. Mann, wieso finischen wir denn das Game nicht? Sind die alle dumm? Warum haben wir zwei Hanks? Wir haben gerade einfach beide über die Wand angegriffen. Ist das krass. Ist das krass. 11-0. Ja, das ist ein Bot-Rund. Direkt weiter. Oh, der hat auch einen coolen Skin. Digga, das ist ja so dumm. Oh mein Gott. Wenn er mich vergiftet. Wenn er mich vergiftet. Dann zünd ich jedes Mal Ult. Der hat sich selber getötet. Guck mal. Seht ihr das? Der Crow macht so eine Spezialfähigkeit gefühlt von mir an. Ist das krass. Der hat sich selber getötet. Komm, tötet sie. Ich hab's gerockt. Ich hab's dir alle drei getötet. Ich hab's gerockt. Bitte. Bitte. Ich triple kill alle. Hab ich ein Double kill gemacht? Hab ich gerade ein Double kill gemacht? Ich hab nicht angegriffen. Ist das krass. Ich hab nicht angegriffen. Zack. Ist einer auf K von dir? Ähm. Ich geh rein. Ich greif nicht an. Der ist einfach hier unten, Digga. Der Geist kann gar nicht mehr. Ich greif nicht an. Ich geh einfach, ich geh einfach nur in die Reihen. Ja. Das ist ja so dumm. Du, aber hier ist einer. Guck mal, wie dumm. Gibt sich auch wieder selber getötet. Voll zurück. Aber du kannst vorne bleiben. So lange man eigentlich nicht stirbt. Das war so geil. Einfach in die Reihen gestellt. Ist das dumm. Ich wär echt gern mitgegangen. Hä? Ist Miku gerade in mich reingesprungen und deswegen gestorben? Instant? Das kann sein, ja. Was war das denn? Hä? Kann der mehrere Ultschüsse von mir abbekommen? Ja, ja. Wenn der in der Silke steht, ja. Das muss ich gleich nochmal gesehen als Clip. Ich glaub, der hat sich selber geoneshottet. Oh mein Gott, Kid auch. Ist das crazy. Hä? Wer soll das nochmal machen? Hä? Holy shit! Ich glaub, du haarkotterst die alle. Ein bisschen. Guck mal, er springt. Und dann tötet er sich. Juri, du machst einfach gar nichts. Ich mach nichts. Du machst nichts, du machst nichts. Ich mach nichts. Wexpillen, wirklich. Ja, ich weiß. Hä? Endlich hat der Affen Konter. Also das ist ja dumm. 1, 8, 1 ohne eine Attack. 8, 1 ohne Auto-Attack. 8, 1 ohne Auto-Attack. Das ist los für dich. Also, Digga, scheiß drauf. Ich spiel Hank direkt auf. 800 hoch, gefühlt im Solo. Dann, das ist jetzt ja die perfekte Zeit für mich. Ich will 50.000 Trophies haben. Und gerade kannst du einfach mit Hank, AFK rumfahren. Schaust nebenbei der Serie. Musst gar nicht hingucken, was du machst. Und machst einen Triple-Kill und stellst dich in Spawn. Das ist ja ein Traum. Die checken den Trick hier nicht auf Low-Elo, dass ich so bin und dann ziehe ich rüber und dann treffe ich die und dann ist sie tot. Das checken die einfach nicht. Das ist crazy. Die checken jetzt halt so einiges nicht. Die spielen halt auch teilweise... Digga, die spielen hier Penny und Janett ohne Mutation. Ich verstehe es nicht. Das checken die auch nicht. Wenn die halt keine haben, dann sollten die einfach den Bonus meiden. Dann werden sie komplett geballert werden. Oh, jetzt ist sie wieder selber getötet. Nein, sie auch! Mann! Oh, nee! Absolut der Digga-Führung. Nee, ne? Nee, ne? Das ist so krass. 10-1 in so kurzer Zeit. Ja, Digga, reicht jetzt auch mit Hank. Ich wechsle rein. Der ist zu krass. Der ist zu krass. Da müssen wir die Tage mal so auf den... Den muss ich jetzt mal Hank auf 1000 pushen und dann nicht mehr. Weißt du, dann habe ich den.